Das ist ein Skoliose-Korsett und viele Skoliose-Betroffenen müssen so ein Korsett tragen, um die Verschlimmerung der Skoliose aufzuhalten. Ein Skoliose-Korsett besteht aus Druckpolstern und wir drücken die Wirbelsäule quasi wieder in die richtige Position und zum anderen Löcher, um die Wirbelsäule sich in diese Richtung ausdehnen zu lassen und man hat hier so ein Korsett, das ist aus Hartplastik und die müssen das teilweise 23 Stunden am Tag tragen, also auch in der Nacht.